Als der Morgenstreich vorbei war, haben sich Frau Fasnacht und Noah wieder auf den Heimweg gemacht. Mied, aber zufrieden sind die beiden durch den Kasten in die Wohnung zurückgekommen. Am Montag von Fasnacht an, dann gibt's ein grosses Fest. Wir alle legen die Larven an, das finden wir halt's best. Der Wacki sagt zum Harlekin Komm mit im Bicolo mit mir. Ich trommel und du, du pfiffst er zu. Drei Tage lang ohne Ruhe. Äh... So cool, Frau Fasnacht. Das würde ich nie vergessen. Ich auch nicht. Es war ein besonderer Morgenstreich, gell? Ich will gar nie ins Bett gehen. Aber es ist gut, wenn du schläfst. Dann bist du morgen wieder fit. Ich sehe es immer wieder Frau Fasnacht. Jeden Tag. Schlaf gut. Du Wacki sei zum Harlekin ... ...